Teammate machen mich nicht safe, ich kann dabei drauf gehen. Ja, ich bin der Dreams. So, dann haben wir noch einmal den Philip. Jo, was geht? So, der Philip ist natürlich wie immer auch mit am Start. So, Lilly schreibt, Benjamin war immer noch gemeint zu mir. Lilly, dann schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, was der Benjamin denn gemacht hat. Es lieber nur Stickmandarinen, du Arschloch! Oh, da lag direkt einer. Natürlich meine Nade trifft. Ja, die da! Oh, hat nicht Glück gehabt, ich hab einen Japaner, oder? Ah ne, ich hab erst gar nicht, ich hab einen Japaner geholt. So, mal gucken, was hier abgeht. Oh, holy shit! Wie würde der Allotrix jetzt sagen, genubetubed, oder irgendwie sowas, wie der das aussprechen würde? Das ist ja nicht jetzt. Kauf mich, kauf mich, kauf mich, kauf mich! Das mach ich! Ja, ja, dann würde der sagen, hey du Backpflaume und alles, aah! Du weißt, du weißt. So, ich hab Gleitbombe. So, ich hab Gleitbombe. ALLES KLAAR! Teammate machen mich nicht safe, Digga. Teammate machen mich nicht safe. Ich kann dabei drauf gehen. Egal, komm. Ich versuch einfach. Mal gucken, ob ich da irgendwie jetzt was erreichen kann. Oh, da sind drei Stück. Oh, direkt eingetroffen. Er wollte nämlich zu mir kommen. Surprise, motherfucker! Keine Ahnung, ich hab's da zu denken. So. Fuck, nicht normal. Was schluckt die denn so heftig? Ja, das ist der Schwulenclub. Ha! Geil! Ich find's gut, hier im Stream gibt's Kekse. Ja. Ja, das war gestern. Hinderter. Boah, blick. Einer kommt vom Kellern. Jo. So. So, mal gucken. Die meins. Äh. Die meins? Bin mal gespannt, wann der nächste hier wird. Wer kommt mit Frag-Munition? Meine Fresse! Du Stück Scheiße! Run! Ich hab keine Ahnung, wie das da ziemlich da nähe gekommen ist.